Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch den Aufnahmetest vom MIT mitgebracht aus dem Jahre 1869. Wir gehen gemeinsam den Algebra-Teil durch, der aus sieben Fragen besteht. Ihr könnt ja gerne erstmal schauen, wie ihr vorgehen würdet. Wir haben einiges zu tun, deswegen ohne Taschenrechner machen wir uns mal ran an die erste Aufgabe. Bestimme den Wert des numerischen Ausdrucks, wenn E gleich 8 gilt. Das ist der Ausdruck, den wir berechnen sollen, wenn wir für jedes E, was wir hier finden können, 8 einsetzen. Da hat sich noch eins versteckt. Die Notation ist ein bisschen eigenartig hier mit diesem Wurzelzeichen, was hier nur angedeutet wird. Aber Wurzel von all dem, was dann in der Klammer steht. So ist das Ganze gedacht und so berechnen wir das Ganze jetzt auch. Für E setzen wir schon mal 8 ein, das heißt hier haben wir 8 minus. Geschweifte Klammern, können wir auch runde Klammern draus machen. Dann kommt der erste Wurzelausdruck. Für E setzen wir wieder 8 ein, also haben wir unter der Wurzel 8 plus 1 stehen. Dann ist die Klammer zu, das heißt die Wurzel ist vorbei. Hinten dran kommt plus 2 und die geschweifte Klammer zu. Dann die nächste Klammer. Für das E setzen wir wieder 8 ein. Dann haben wir eine dritte Wurzel von E, also dritte Wurzel von 8. 8 Klammer zu, dann ist kein Zeichen zu sehen. Dann wissen wir, dann steht da immer ein Mal. Dann kommt eine neue Wurzel und da haben wir dann unter der Wurzel 8 minus 4. Schreiben wir es erstmal hin und rechnen das Ganze jetzt aus. 8. Lassen wir vorne stehen. Dann werden wir die Klammer berechnen. Hier haben wir die Wurzel von 9, also 3 plus die 2 hinten dran sind 5 als Ergebnis. Dann kommt das Plus hinten dran. Hier haben wir die dritte Wurzel von 8. Das Ergebnis ist 2, weil 2 hoch 3 eben 8 ergibt. Also haben wir hier in der Klammer 8 minus 2, was 6 ist und multipliziert wird mit der Wurzel von 4. Das Ergebnis ist einfach nur 2. Wenn wir Punkt vor Strich beachten, haben wir hier hinten erstmal 12. 8 minus 5 sind 3 plus 12 sind insgesamt 15 und wir haben die erste Aufgabe erledigt. Kommen wir zur zweiten. Vereinfache den folgenden Ausdruck, indem du Klammern auflöst und Terme zusammenfasst. Okay, kriegen wir hin. Lösen wir mal die Klammern auf. Hier vorne die 3a lassen wir mal stehen. Dann haben wir eine Minus-Klammer, aber eine große, eckige Klammer. Um die kümmern wir uns erstmal später. Die schreiben wir mal so ab. Aber hier drin können wir erstmal Klammern auflösen. Das b lassen wir so stehen. Ein Plus von der Klammer verändert gar nichts. Also können wir die Klammer einfach weglassen. Plus die 2a und Minus das b. Aber hier haben wir eine Minus-Klammer. Das heißt, das Minus dreht jede Vorzeichen hier in der Klammer um. Dann haben wir Minus a und aus dem Minus wird ein Plus b hinten dran. Eckige Klammer zu. Dann können wir entweder hier in der Klammer erstmal zusammenfassen. b minus b hebt sich weg. Was haben wir dann in der Klammer letztendlich stehen? 2a minus 1a ist 1a und das Plus b hinten dran. Dann haben wir, wenn wir die Klammer noch auflösen, 3a müssen wir aufpassen. Das ist eine Minus-Klammer. Also Minus a und Minus b. 3a minus 1a sind 2a und das Minus b hinten dran. Und mehr können wir nicht zusammenfassen. Auch die zweite Aufgabe erledigt. Dritte Aufgabe. Multipliziere diesen Ausdruck mit diesem Ausdruck und teile das Produkt durch a plus b. Okay, das ist jetzt die erste schwierigere Aufgabe. Hier könnte man jetzt so vorgehen und das hier tatsächlich mit dem hier multiplizieren und danach das Ganze durch a plus b teilen. Aber das wird sehr groß und sehr aufwendig. Also lasst uns erstmal aufschreiben, was wir hier überhaupt zu tun haben. Wir sollen ja den Teil hier nehmen, also schön eine Klammer drumherum machen, denn dieser ganze Teil soll ja multipliziert werden mit diesem zweiten Teil. Und das Ergebnis soll dann ja geteilt werden durch a plus b. Also eigentlich könnte die Aufgabe auch lauten, vereinfache diesen Term so weit wie möglich. Und da würde man ja schauen, ob man was kürzen kann. Also ob dieses a plus b entweder in diesem Teil hier vorne drin steckt oder ob das a plus b in diesem zweiten Teil hier drin steckt. Und ich würde erstmal schauen, ob es hier in dem zweiten drin steckt, weil hier steht vor dem a hoch a Quadrat noch die 3 vorne dran. Das haben wir hier nicht, deswegen kommt der mir hier ein bisschen sympathischer vor. Also wir gucken mal, ob wir diesen zweiten Teil faktorisieren können, ohne uns viel Aufwand zu machen. Also ob da dieses a plus b drin steckt, also ob wir den Teil so schreiben können, als a plus b mal einen Rest, den wir noch nicht kennen, den wir jetzt mal suchen müssen. Wir müssen uns also überlegen, was muss ich mit a plus b multiplizieren, um hier auf dieses Ergebnis zu kommen. Und da können wir einfach mal vergleichen. Also a mal was würde dieses a Quadrat hier ergeben? Das wäre a mal a, dann würden wir das schon mal kriegen. Diesen gemischten a b Teil würde durch b mal a entstehen. Den lassen wir mal kurz außen vor und überlegen uns, womit müssten wir denn hier das b multiplizieren, um auf den hinteren Teil zu kommen? Naja, b mal minus 3b würde den hinteren Teil ergeben. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Es muss nicht passen, dass dieser Zwischenteil da jetzt dann funktioniert, aber sie haben uns ja vorgegeben, dass a plus b hier wahrscheinlich drin steckt. Von daher lasst es uns einfach mal ausmultiplizieren und gucken, ob das schon das Ergebnis ist, also ob wir diesen Teil hier so zerlegen können. Also multiplizieren wir die Klammer nochmal aus und gucken, ob das hier rauskommt. a mal a sind a hoch 2, a mal minus 3b sind minus 3ab, b mal a sind plus ab und als letztes b mal minus 3b sind minus 3b hoch 2. Hier das und das da passt schon mal, das sind die äußeren Teile. Und jetzt müssen wir gucken, ob minus 2ab hier das in der Mitte tatsächlich ergibt. Und ja, minus 3ab plus 1 davon sind minus 2ab. Also wir können diesen Teil hier tatsächlich so zerlegen. Und das machen wir mal. Das war ja hier dieser hintere Teil. Den schnappe ich mir jetzt hier von hier unten, dass wir den so in ein Produkt zerlegen können. Denn dann können wir kürzen. Das a plus b fällt dann weg. Und letztendlich müssen wir nur die Klammer mit dieser Klammer hier multiplizieren. Und das machen wir jetzt mal auf dieser Seite, bis wir zum Ergebnis kommen. Das heißt, alles ausmultiplizieren. Alles wird mit jedem Element hier multipliziert. Also 3a hoch 2 mal a sind 3a hoch 3. 3a hoch 2 mal das wird schon mal zu einem Minus. 3 mal 3 sind 9. Und dann sortieren wir a hoch 2 mal b. Jetzt dürfen wir nicht durcheinander kommen. Nächstes Element wird mit jedem hier multipliziert. Also a b mal a sind a hoch 2b. Und dann hier wieder wird es von einem Minus. Von den Zahlen haben wir eine 3. Und die Variablen haben wir a. Und dann b hoch 2 hinten dran. Als letztes, das da mal das zuerst, sind minus a b hoch 2. Und dann Minus und Minus wird zu Plus. Von den Zahlen haben wir nur eine 3 drin. Und den Variablen b hoch 2 mal b sind b hoch 3. Und dann wird alles zusammengefasst. A hoch 3 haben wir nur hier vorne. Also bleiben die stehen, können wir mit nichts zusammenrechnen. Aber a hoch 2b haben wir hier die beiden Teile. Minus 9 davon plus 1 sind minus 8 von den grünen Dingern. Dann haben wir a b hoch 2 hier und hier. Minus 3 minus ein weiteres sind minus 4 davon. Und hinten den Teil können wir mit nichts zusammenfassen. Und damit ist das unser Ergebnis. Denn hier können wir jetzt nichts weiter kürzen, nichts weiter zusammenfassen. Das war es dann mit der dritten Aufgabe. Und wir kommen zur vierten Aufgabe. Wir sollen so weit wie möglich kürzen. Diesen Bruch hier. Okay, ist tatsächlich ähnlich zu dem, was wir gerade hatten. Wir gucken mal, was sich hier so wiederholt. Kürzen dürfen wir ja nur, wenn wir ein Produkt haben. Momentan ist hier noch ein Plus und ein Minus. Also wir dürfen nicht einfach hier das x hoch 6 mit dem x hoch 6 hier wegstreichen. Aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier Produkte hinbekommen. Also irgendwas mal irgendwas. In der Summe hier oben kommt das x hier vorne vor. Und das x kommt auch hier hinten vor. Das heißt, den x-Teil könnten wir mal ausklammern. Und zwar haben wir hier x hoch 6, hier aber nur x hoch 3. Also wir können nur x hoch 3 ausklammern. Was bleibt übrig? Wenn wir von x hoch 6 3 davon wegnehmen, sind nur noch x hoch 3 da. Und aus dem zweiten Teil haben wir komplettes Grüne, die x hoch 3 rausgezogen. Dann bleibt nur der Rest übrig, der nicht markiert war. Okay, hier haben wir schon mal was ausgeklammert. Und haben dadurch ein Produkt erhalten. Im Nenner können wir leider nichts ausklammern. Weil das x kommt zwar hier vor im ersten Teil, aber nicht mehr im zweiten Teil. Also mit ausklammern kommen wir hier leider nicht weiter. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Da kann man immer mal auch an die binomischen Formeln denken. Die helfen einem nämlich auch, etwas in Produkt zu schreiben, wenn man die binomischen Formeln rückwärts anwendet. Welche binomische Formel kommt dann hier für den Nenner überhaupt nur in Frage? Irgendetwas minus etwas anderes. Das könnte die dritte binomische Formel sein. Die lautet ja, wenn wir es immer nochmal ausschreiben, a hoch 2 minus b hoch 2. Das wäre so die Struktur, die wir hier dann erwarten. Müssen wir gleich mal offenlegen, dass wir das besser erkennen. Aber die dritte binomische Formel rückwärts sagt dann, das ist nichts anderes als a plus b in der Klammer mal a minus b in der Klammer. Und da hätten wir hier unser Produkt, was wir gerne hätten. Müssen wir nur mal den Nenner ein bisschen umschreiben, dass man da halt so diese Quadrate auch erkennt. Aber das können wir machen. x hoch 6 können wir schreiben als x hoch 3 und dann das Ganze zum Quadrat. Weil 2 mal 3 ist ja einfach 6. Also einfach ein Potenzgesetz angewendet. Dann kommt das Minus, weil dann haben wir hier was Quadratisches. Und auch hier genau dasselbe. Hier haben wir ja hoch 4 und hoch 2. Das können wir zu einem Quadrat schreiben. Wie? Von dem a hoch 4 ist dann nur a hoch 2 hier drin, weil 2 mal 2 ja 4 ergibt. Und von dem y hoch 2, wenn wir das hoch 2 hier rausziehen, dann muss nur das y hier in die Klammer rein. Damit, wenn wir die Klammer auflösen würden, hätten wir wieder y hoch 2 da stehen. Also haben wir hier was Quadratisches minus was Quadratisches. Wir können die dritte binomische Formel rückwärts anwenden. Und das machen wir jetzt auch mal. Der Zähler, der hat uns ja schon ganz gut gefallen. Da haben wir ja schon ein Produkt hingekriegt. Deswegen ändern wir an dem erstmal gar nichts mehr. Aber im Nenner dritte binomische Formel rückwärts. Das heißt, zwei Klammern hin, die miteinander multipliziert werden. In die eine Klammer kommt ein Plus, in die andere Klammer kommt ein Minus. Und jetzt müssen wir einfach nur von dem a hoch 2 bleibt nur das a übrig. Also das hoch 2 lässt man weg. Das heißt, hier von dem x hoch 3 hoch 2 lässt man das hoch 2 weg. Und nur das x hoch 3 kommt an die erste Stelle. Und genau dasselbe mit dem b. Dann lässt man das hoch 2 weg. Also bei dem hinteren Teil bleibt das grüne hoch 2 weg. Und nur der Teil, der in der Klammer steht, wird hier hinten hingeschrieben. Und damit haben wir ein Produkt auch im Nenner hinbekommen. Und im Zähler, das steht jetzt nochmal hier, und wir können jetzt kürzen, wenn sich etwas wiederholt. Und das tut es Gott sei Dank. Diese Klammer können wir einfach mit dieser Klammer hier unten komplett rausstreichen. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist das x hoch 3 im Zähler. Und dieser Teil hier unten mit einem Minus verbunden im Nenner. Und jetzt nicht diese beiden hier wegstreichen, weil hier ist ja ein Minus. Daraus darf man nicht einfach so was wegkürzen. Aber mehr ist dann nicht machbar, weil aus dem x hoch 3, das steckt halt hier unten nicht mehr irgendwie drin. Und deswegen ist das der vollständig gekürzte Term. Und wir kommen zur fünften Aufgabe. Vereinfache. Was auch sonst. Machen wir ja nicht schon die ganze Zeit. Hier haben wir diesen Teil. Also das, was in Klammern steht, soll geteilt werden durch diesen Teil hier. Das könnte man auch auf einen großen Bruch schreiben. Das alles hier in den Zähler und das alles hier in den Nenner. Aber die Art, wie es hier steht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben hier aber eine Summe von zwei Brüchen und hier eine Differenz von zwei Brüchen. Und da können wir das jetzt nicht einfach so teilen. Deswegen fassen wir diese beiden Brüche erstmal zusammen und auch die beiden. Und wenn wir dann einen Bruch haben, dann teilen wir den durch den Bruch hier. Das ist unser Plan. Und da schauen wir jetzt mal, wie wir hier vorgehen können. Erstmal hier vorne die beiden wollen wir zusammenrechnen. Das können wir erst machen, wenn die Nenner gleich sind. Also wenn wir einen Hauptnenner gefunden haben. Dazu können wir einfach A minus B multiplizieren mit A plus B. Das ist ein Hauptnenner. Aber dann müssen wir die Brüche dementsprechend erweitern. Also hier vorne der erste Teil, der wird gleich erweitert. Und dann zu dem zweiten dazugerechnet. Und dann teilen wir das durch das da. Da kommen wir dann gleich hin. Erstmal hier vorne. Hauptnenner haben wir gesagt. Die beiden werden einfach miteinander multipliziert. Also der A minus B Teil wird multipliziert mit A plus B. Und das können wir dann schon mal hier auch als Nenner eintragen. Jetzt müssen wir nur die Brüche dementsprechend erweitern. A minus B war hier vorne schon. Aber A plus B haben wir hier hinzugefügt. Das müssen wir dann auch im Zähler hinzufügen. Also das A plus B, was da schon war, muss noch mit A plus B multipliziert werden. Also haben wir im Zähler A plus B hoch 2. Und beim zweiten Teil war das A plus B schon da. Wir multiplizieren also mit A minus B. Da war schon A minus B. Das heißt, hier haben wir dann A minus B hoch 2 im Zähler. Dann können wir die beiden Brüche auch zusammenrechnen. Machen wir vielleicht schon mal direkt, bevor wir hier in den zweiten Teil gehen. Da ist es ja so, dass die Zähler zusammengerechnet werden. Ich will das nicht nochmal abschreiben, deswegen machen wir hier jetzt einen großen Bruch draus. Die Zähler werden addiert und im Nenner muss aber ein Teil weg, weil da wird ja einfach nur der Hauptnenner übernommen. Und den tragen wir dann hier ein. Und dann haben wir hier einen Bruch. Da können wir auch die Klammern hier weg machen, weil jetzt haben wir ja wirklich nur noch einen großen Bruch hier stehen, der jetzt geteilt wird durch den da. Und da müssen wir nochmal ran. Aber da können wir jetzt vielleicht schneller ran. Die können wir schon mal zusammenfassen direkt, denn die sind sehr ähnlich aufgebaut. Seht ihr das? A minus B und A plus B als Nenner. Das heißt, als Hauptnenner können wir wieder das Produkt der beiden nehmen. Und dann müssen wir aber die Zähler dementsprechend auch hier wieder erweitern. Hier war A minus B. Wir fügen A plus B hinzu. Das heißt, auch im Zähler bekommen wir diesmal dann A plus B hoch 2 beim ersten Teil. Dann kommt das Minus. Und womit müssen wir hier erweitern? A plus B war schon da. Wir haben noch mit A minus B multipliziert. Also haben wir hier auch wieder genau dasselbe. A minus B hoch 2. Wiederholt sich schön. Konnte man schneller durchgehen. Dann haben wir hier also einen Bruch geteilt durch einen anderen Bruch. Wir wissen, wie das funktioniert. Statt durch den Bruch zu teilen, multiplizieren wir mit dem Kehrwert. Also die beiden müssen jetzt rumgedreht werden. Das hier wird gleich unten landen. Das kommt in den Zähler rein. Dann haben wir hier nämlich einfach ein Produkt stehen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wo wir kürzen dürfen. Denn hier steht ein Plus. Das heißt, hier raus dürfen wir nicht kürzen. Hier steht ein Minus. Hier raus dürfen wir also auch nicht kürzen. Wir dürfen nur kürzen, wenn ein Mal da steht. Das ist einmal hier und einmal hier. Das bedeutet, wir dürfen A minus B mit diesem A minus B wegstreichen, weil hier auch ein Mal dazwischen ist. Und das A plus B verschwindet genauso. So, und letztendlich bleibt dann nur das da im Zähler stehen und nur das da im Nenner stehen. Und das ist das, was uns hier erwartet. Und damit geht es jetzt weiter. Jetzt können wir nicht mehr weiter kürzen, weil wir haben eine Summe und eine Differenz hier im Zähler und im Nenner. Und da können wir einfach nicht was rauskürzen. Deswegen bleibt uns jetzt hier erstmal nichts anderes übrig, als einen großen Bruchstrich zu machen und die Klammern aufzulösen. Aber, das sind ja die binomischen Formeln. Da sind wir schnell durch. A plus B hoch 2 wissen wir alle. Ist A hoch 2 plus 2AB plus B hoch 2. Dann kommt das Plus. Und hier haben wir die zweite binomische Formel. Sehr ähnlich. Ist A hoch 2 minus 2AB plus B hoch 2. Und im Nenner sehr ähnlich. Aber das Minus versaut uns jetzt gleich noch ein bisschen was. Aber hier vorne haben wir auf jeden Fall schon mal die erste binomische Formel einfach nochmal hingeschrieben. Und dann machen wir am besten eine Minusklammer. Also hier die zweite binomische Formel in die Klammer hier rein, damit wir gleich die Minusklammer auflösen können und nicht durcheinander kommen wegen diesem Minus. Das habe ich jetzt aber nochmal hier hingeschrieben. Und wir können zusammenfassen oder Dinge heben sich weg. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel 2AB minus 2AB lösen sich auf. Ansonsten haben wir im Zähler A hoch 2 plus A hoch 2 sind 2A hoch 2. B hoch 2 plus B hoch 2 sind 2B hoch 2. Und im Nenner, das kriegen wir hin, oder? Oder wir lösen die Klammer hier mal auf. Die Minusklammer auflösen. Das heißt, Minus A hoch 2 wird hier draus. Wir dürfen nicht vergessen, da war eine Klammer. Minus und Minus wird zu Plus. Minus und Plus wird zu Minus. Und dann hebt sich nämlich hier auch ein bisschen was weg. A hoch 2 minus A hoch 2. Und B hoch 2 minus B hoch 2. Dann haben wir 2AB und 2AB sind 4AB. Und dann sind wir fast fertig, denn von den Variablen können wir jetzt nichts mehr kürzen. Aber von den Zahlen, die 2 steckt hier überall drin. Das heißt, die 2 können wir ausklammern aus dem Zähler. Wenn wir das machen, haben wir nur A hoch 2 plus B hoch 2. Und im Nenner, 4AB passt ja soweit, damit wir kürzen können. 4 geteilt durch 2 sind 2. Also letztendlich haben wir dort A hoch 2 plus B hoch 2. Und das Ganze wird durch 2AB geteilt. Und mehr kann man dann nicht mehr machen. Damit haben wir auch die fünfte Aufgabe erledigt. Und kommen zur sechsten. Löse die Gleichung. Wenn wir uns die mal anschauen, dann sieht die erstmal schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Denn in den Nennern stehen nur Zahlen 2, 8, 16. Das heißt, wenn wir hier multiplizieren mit der größten davon, mit der 16, dann werden alle Brüche auf einmal wegfliegen. Aber wir können es ja mal Schritt für Schritt machen. Also auf der linken Seite müssen wir auf jeden Fall erstmal den ersten Bruch nehmen und mit unserer 16 multiplizieren. Da hier ein Minus dazwischen ist, müssen wir auch mit dem zweiten Bruch dann mit der 16 multiplizieren. Also schreiben wir ihn erstmal hin und rechnen dann mal 16. Und auf der rechten Seite, das können wir schnell im Kopf machen, wir haben ja extra mal 16 gerechnet, damit der Nenner dann wegfliegt. Also da bleibt dann nur das im Zähler übrig. Und der Bruch ist dann schon mal aufgelöst. Aber auch hier haben wir hier schön mal dazwischen. Wir können kürzen. 16 durch 2 sind 8. 16 durch 8 sind 2. Und dann haben wir halt den Zähler, der mit der 8 multipliziert wird. Also 3x mal 8 sind 24x. Und minus 4 mal 8 sind minus 32. Dann kommt hier Minus, müssen wir aufpassen, minus 6x mal 2 sind minus 12x. Und minus minus 5 mal 2 sind plus 10. Und rechts haben wir immer noch unsere 3x minus 1. Dann können wir hier die x zusammenfassen. 24x minus 12x sind nur 12x. Minus 32 plus 10, da sind wir bei minus 22. Und rechts passiert immer noch nichts. Aber das habe ich jetzt mal auf die Seite geschrieben. Hier geht es weiter. Wir bringen mal alle x zusammen. Also rechnen Minus 3x. 12x minus 3x sind 9x. Und dann müssen die Zahlen noch auf die andere Seite. Also rechnen wir plus 22. Dann haben wir die 9x auf der linken Seite. Minus 1 plus 22 landen wir bei 21. Damit das x alleine steht, muss die 9 noch weg. Wir teilen durch die 9. x ist damit 21 geteilt durch 9. Können wir als Bruch schreiben. Aber aufpassen, der lässt sich noch kürzen mit 3. Nämlich 21 durch 3 ist 7 und 9 durch 3 sind 3. Und das wäre dann der vollständig gekürzte Bruch von der sechsten Aufgabe. Und wir kommen zur letzten. Löse das Gleichungssystem. Okay, zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, kriegen wir hin. Hier gibt es jetzt wieder viele Wege, wie wir vorgehen können. Wir könnten uns vielleicht mal um das x kümmern, dass das rausfliegt. Also wenn wir die erste Gleichung mit der Zahl hier unten multiplizieren mit der 4 und die zweite Gleichung mit der Zahl hier oben multiplizieren mit der 7 und dann die Gleichung voneinander abziehen, dann wird das x wegfallen und nur noch das y wird drin sein. Also lasst uns das mal machen. In der Nebenrechnung können wir ja mal 7x mal 4 sind 28x, dann das Minus und hier die 4x mal 7 sind 28x, hebt sich weg, x ist raus. Aber das müssen wir mit allen Elementen hier machen. Also Minus 5y mal 4 sind Minus 20y, Minus Minus 3y mal 7, also Minus 21y. Wenn wir das verrechnen, Minus 20y plus 21y ist 1y und auf der rechten Seite mit den Zahlen genauso. 24 mal 4 sind 96, Minus 11 mal 7 sind 77. Wenn wir das voneinander abziehen, landen wir bei 19. Wir haben direkt unser y gefunden. Das ging schnell, y ist 19. Aber unser x wollen wir natürlich auch noch herausfinden. Wir könnten jetzt vielleicht das y hier in der zweiten Gleichung einsetzen, da sind die Zahlen nämlich kleiner, und unser x herausfinden. Also aus der zweiten haben wir dann 4x Minus 3 mal 19. 3 mal 19 sind 57 gleich 11. Dann, wenn wir das noch x umstellen wollen, müssen wir plus 57 rechnen. Dann haben wir die 4x links alleine. 11 plus 57 sind 68. Und dann müssen wir nur noch durch 4 teilen und erhalten unser x als 17. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst und den kompletten Test gelöst. Ich bin gespannt, wie viele Aufgaben ihr auf Anhieb richtet hattet. Schreibt das Ganze gerne in die Kommentare rein. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag. Liked das Video, abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!